So und ein herzliches Willkommen hier bei Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Und zwar fangen wir heute mal... Okay, wir fangen heute nicht an. Ich hatte schon zwei Teile hochgeladen, wo ich mit meinem Kumpel online gespielt habe. Und jetzt fangen wir aber mit fremden Leuten an im Online-Modus. Und ja, ich bin von mir Gameplays als Hobby und heiße euch wie gesagt herzlich willkommen bei einem Neuanfang eines Online-Spiels mit Matches. Schauen wir mal, wie gut wir uns schlagen. Gegen meinen Kumpel war ich ja doch nicht so berauschend gut. Aber gut, das bin ich bei Pokémon Technik und X auch nicht. Es geht um den Spielspaß wie immer und wir suchen jetzt einfach mal andere Spieler. Nur einzeln, Schwierigkeit... Was kann man denn da einstellen? Ein Tennisspiel, in dem Spieler riskante Speziatechnik nutzen, die Energie verbrauchen und über Sieg und Niederlage entscheiden können. Standard, würde ich schon sagen. Dann schauen wir mal, ob wir jemanden finden. So. Ja, da sieht man schon mal mich von neuer YouTube. Hab mich doch eigentlich ganz gut getroffen, oder? Von dem Mii-Charakter irgendwie so her, um ein realer Aussehen. Oh, da haben wir doch jemanden. Sparks. 5, 9. Okay, schauen wir mal, wie der ist. Dass dieser kleine Spike raschvoll sein soll. Okay, Match starten. Oh, ich bin aufgeregt. Mal gespannt. Ich hoffe, ihr feuert mich an. Man braucht da auch mal ein paar Fans. Okay, schauen wir mal. Wow. Na gut, okay. Oh, das war nix. Das war auch nix. Wissen wir wohl auch erst mal wieder reinkommen. Ja. Okay, alle Anfänge sind klein. Geht doch. Na, immerhin, ich hab schon mal einen Punkt. Das ist doch immerhin etwas. Ich glaube, ich mach hier genau dieselben Fehler wie bei meinem Kumpel auch. Ich denke immer, er spielt auf die andere Seite und dadurch... Und dadurch renne ich dann eigentlich immer weg vom Bike. Ach ja. Okay. Das hab ich auch noch nie gesehen. Okay. Okay, herzlichen Glückwunsch, Sparks 5-9. Der Sieg geht voran nicht. Und natürlich wieder eine weitere Niederlage im Online-Modus. Na gut, okay. Das Spiel ist ja noch völlig neu. Also, ich muss mich erst noch reinsteigern. So ein bisschen, zumindest. Okay. Das heißt... Zurück zur Lobby. Denn, äh... Ich will ja auch jeden Match einzeln aufnehmen. Von daher muss ich das leider immer wieder beenden. Okay. Das heißt, das war schon mal ein weiterer Online-Kampf bei Mario Tennis-Basis. Leider wieder mit einer Niederlage. Aber wer weiß. Wir werden vielleicht irgendwann mal ein Stückchen stärker. Oder besser. Und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ihr könnt mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo. Dann verpasst ihr nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Und denkt dran. Das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Mit von Neuer Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.